Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 263. Mal bei Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoax-Mystress Alexa. Tag und hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und bei mir ist natürlich wie immer zum Glück der wunderbare Alexander Hoax-Master. Ja und wir werden in den nächsten Wochen einige Arbeiten verrichten wollen und auch müssen aus verschiedenen Gründen an unserer Serverinfrastruktur. Also insofern wundert euch nicht, wenn es irgendwann nochmal unter Umständen notwendig werden sollte, dass ihr in euren Podcatchern Hoaxilla neu abonnieren müsstet, weil dann vielleicht der Feed Probleme macht. Das muss jetzt leider mal irgendwann sein, weil wir gerade auf verschiedene neue Systeme umsteigen müssen. Wir wollen das alles zukunftsicher machen. Nach zehn Jahren muss man halt auch mal renovieren. Genau, eigentlich wollen wir feucht durchfeudeln. Und dann wundert euch nicht daran, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen in den sozialen Netzwerken. Wir waren vor ein paar Stunden auch mal bei Spotify oder für einen Tag bei Spotify nicht gelistet. Für alle, die uns bei Spotify hören. Auch das ist so eine Konsequenz daraus, dass wir im Moment versuchen, wie bei so einem gedeckten Tisch, wo lauter Geschirr draufsteht, das Tischtuch wegzuziehen, ohne dass das einer mitkriegt und alles bleibt stehen. Wir hoffen, dass das weiterhin gelingt. Und für alle, die uns nur über Spotify hören. Man kann uns viel eleganter im Grunde genommen über Podcatcher hören. Das sind zum Teil kostenfreie Programme, die man sich runterladen kann fürs Telefon. Und dann pingt der auch und sagt, wenn eine neue Folge da ist. Also, dass man nur als Hinweis, wir sind zwar auch bei Spotify, aber da sind wir eigentlich so über Bande, dass ihr uns da auch theoretisch hören könnt. Viel schöner ist das Podcast hören über sogenannte Podcatcher-Apps. Da gibt es viele, viele Funktionalitäten, die man auch nutzen kann, die Spotify gar nicht anbietet. Insofern, schaut euch das mal an, wenn ihr nur Spotify hört. Podcasts machen über Podcatcher viel mehr Spaß. Spaß machen übrigens auch die Storys der Woche. Eine Mörderüberleitung. Unglaublich. Und Alexa hat natürlich wieder eine mitgebracht. Und bevor ich es vergesse, es gibt auch noch was zu gewinnen am Ende der Sendung. Also bitte, bitte dranbleiben. Es gibt wieder Bücher zu gewinnen und bis ganz zum Schluss zuhören, weil da erfahrt ihr, wie er hier wieder was gewinnen könnte bei uns. Kleine Warnung vorab. Diese Story hat diesmal etwas mit Spinnen zu tun. Und wenn sie mir passiert wäre, dann wäre ich vermutlich durchgedreht. Passiert ist sie allerdings der Sängerin Katie Mallour, die sich aus irgendwelchen Gründen gewundert hat, dass sie so ein Rascheln im Ohr hatte. Das ging so eine gewisse Zeit, so ein paar Tage. Und dann hat sie gedacht, mit diesem komischen Rascheln, diesen Geräuschen im Ohr, da ist irgendwas merkwürdig. Da muss sie mal einen Arzt drüber gucken lassen. Dann ist sie eben auch zum Arzt gegangen und der hat festgestellt, dass eine kleine Spinne in ihrem Ohr gesessen hat und hat sie dann mit einem winzig kleinen Staubsauger sozusagen da raus manövriert. Die Spinne hat überlebt und ist dann von Katie Mallour im Garten ausgesetzt worden. Klingt total bekloppt, oder? Ja. Also das ist so die typische Urban Legend irgendwie. Aber vielleicht ist sie ja auch wahr. Who knows? Erfahren wir am Ende dieser Sendung. Bin ich mal sehr gespannt. Thema der Woche Ja, wir haben in der letzten Episode angekündigt, dass wir ein Thema machen wollen, was sich schon auch mehrfach gewünscht ist und wo es eine Hoax-Siller-TV-Folge zugegeben hat. Stimmt aber gar nicht. Genau. Das war ein Hoax. Das war ein Hoax. Warum war das ein Hoax? Das liegt einfach daran, dass wir es zeitlich nicht geschafft haben, vor dem 31. Oktober eine Folge aufzunehmen. Und dann hat meine liebe Frau gesagt, wenn wir denn dann schon auf Halloween eine Folge veröffentlichen, dann sollte es doch auch irgendwas Spukiges oder Gruseliges sein und dann nicht das Thema, was wir ursprünglich geplant haben. Und so haben wir es natürlich auch gemacht, weil ich natürlich immer auch mal eine kluge Frau höre. Und deswegen gibt es das Thema, was wir ursprünglich geplant haben, aber demnächst nochmal aufbereitet. Und da wir ja nicht gesagt haben, was es ist. Es ist auch eigentlich wurscht. Es ist eigentlich total wurscht. Ja, worüber wir dafür heute reden wollen, ist, es gibt viele Bezeichnungen dafür, aber eine, die mir gut gefallen hat, ist das Bermuda-Dreieck Europas. Und interessanterweise ist es kein Wasser, über das wir reden, sondern ein Wald. Ein kleiner Wald. Ein, ja, jetzt hast du es schon bis vorher. Es soll nämlich über den Hoia Baccio gehen, ein Wald in Rumänien. Und wenn man sich mit diesem Waldgebiet, mit diesem Wald beschäftigt, dann stößt man sehr, sehr schnell auf sehr, sehr viele paranormale Geschichten. Vielleicht benutzen wir mal den Begriff, da kommen wir so ein bisschen weg von Spukgeschichten, sondern sehr viel Paranormales wird berichtet über diesen Hoia Baccio. Und wir haben uns das mal angeschaut und haben natürlich zunächst mal zusammengetragen, was es alles für Geschichten rund um den Hoia Baccio gibt. Und eine der Ursprünge, glaube ich, dass da überhaupt Geschichten erzählt werden, ist die Geschichte eines Schäfers, Alexa, oder? Ja, dieser Schäfer, um den es geht, war mit seinen 200 Schafen in der Nähe des Hoia Baccio unterwegs und wollte dann diese Schafsherde durch den Wald hindurchtreiben, vermutlich, um sie auf der anderen Seite des Waldes auf eine andere Weide zu führen und hat sich auf den Weg gemacht und ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden mitsamt aller Schafe und nie wieder aufgetaucht. Also weder hat man irgendein Schaf wiedergefunden, noch ihn selber. Und dieses Beispiel ist eines von ganz vielen über verschwundene Menschen und auch Tiere in dem Wald. Eine weitere Geschichte, die danach stattgefunden haben soll, die sich erzählt wird und die die Menschen bis heute bewegt, ist die Geschichte eines fünfjährigen Mädchens. Wir können vielleicht sagen, dass die Stadt Klausenburg, also so der deutsche Name Klusch, direkt an den Wald im Grunde genommen herangrenzt, also nicht direkt, aber sehr, sehr, sehr nah ist. Und ein kleines Mädchen aus Klusch soll also in den Wald mit fünf Jahren gelaufen sein. Und man hat dann das Mädchen nicht mehr wiedergefunden, es ist nicht zurückgekehrt. Es hat Suchmannschaften gegeben, es hat eine ausgiebige Suche in dem Waldgebiet gegeben. Man hat dann aber das Mädchen einfach nicht mehr wiedergefunden. Und das Faszinierende ist, dass sie nach fünf Jahren wieder am Waldrand aufgefunden wurde, gealtert entsprechend. Was aber nicht gealtert ist, ist die Kleidung, die sie getragen hat. Das war immer noch die gleiche Kleidung. Und inspeinterweise war die Kleidung aber überhaupt nicht verschmutzt oder zerfetzt, sondern angegriffen, sondern die war quasi genauso wie an dem Tag, als sie verschwunden ist. Und diese Geschichten von Menschen, die in dem Huayabacho verschwunden sind, haben sich dann im Laufe der Jahre gehäuft, sodass eine mögliche These, die schon im Raum schwebt, die ja auch zu dem Schäferpast, die ist, dass es hier so eine Art Dimensionstor geben soll, in dem Zeit und Raum nicht mehr vernünftig funktionieren. Wer da hineingerät, der verschwindet. In diesen Zusammenhang passt auch eine weitere Geschichte von einer Frau, die sich vor den Augen ihrer Begleiter in Luft aufgelöst hat und dann wieder aufgetaucht ist und Münzen aus dem 15. Jahrhundert in der Hand hatte oder dabei hatte. Und sich aber auch wiederum nicht erinnern kann, wo sie war oder warum sie jetzt diese Münzen dabei hat. Also das sind so einige der Phänomene. Ein weiterer Aspekt, der, und dann kommen wir so ein bisschen, eigentlich ist es ja eine Halloween-Folge, wir wollen eher so über gruselige Dinge sprechen, aber was man eher immer wieder findet, ist dann eine Lichtung innerhalb des Huayabachos, die kreisrund ist, wo der Boden komplett, ja, ich will nicht sagen zerstört ist, aber so brach ist, dass nichts auf diesem Boden wachsen kann. Die Lichtung, wie gesagt, kreisrund und über dieser Lichtung gibt es dann auch immer wieder mal, natürlich gehen da auch Menschen jetzt bis heute in den Wald hinein und wollen natürlich herausfinden, was es gibt, UFO-Sichtungen und die gibt es aber auch schon seit mehreren Dekaden, inklusive Fotos von UFOs über dieser Lichtung. Und es gibt also eine ganze Reihe von Menschen, die davon ausgehen, dass hier diese kreisrunde Lichtung ein Landeplatz für Außerirdische im Grunde genommen ist und natürlich die Menschen, die dann verschwunden sind, das würde dann ja so in den Kontext dieser klassischen Alien-Entführung sehr gut hineinpassen. Also wir haben jetzt schon Zeit- und Dimensionsportale, wir haben UFO-Sichtungen, wir haben merkwürdige Lichter und diese Lichter können nicht nur so UFO-Erscheinungen sein, sondern auch in Richtung Orbs gehen, wie wir sie ja auch oft im Bereich paranormaler Spukphänomene haben. Es gibt aber auch rote Lichter, also es gibt tatsächlich Fotos, die in den Zusammenhang gebracht werden mit dem Hoya-Batschu, auf dem wirklich so rote Lichter, das geht schon so in Richtung rote Augen, zu sehen sind. Und da haben wir dann so eine Mischung aus merkwürdigen Lichtern und Spukerscheinungen, weil man manchmal gar nicht mehr so richtig unterscheiden kann, und sind das jetzt so geisterhafte Erscheinungen oder geht es eher in Richtung UFO-Sichtung? Es gibt mehrere Wissenschaftler, die sich in der Vergangenheit mit dem Hoya-Batschu beschäftigt haben. Da gab es jemanden, der eine unglaublich umfangreiche Fotodokumentation von genau diesen Orb-Phänomenen angefertigt hat. Nachdem er aber verstorben ist, ist dann seine Fotosammlung verschwunden und gar nicht mehr wirklich auffindbar. Und dann hat es noch einen Chemiker gegeben, der sich das Gebiet angeschaut hat, der ja im Grunde genommen festgestellt hat, dass wir hier Besonderheiten im Magnetfeld haben könnten, der davon ausgeht, dass es bestimmte Energiefelder im Hoya-Batschu gibt, die einen Einfluss haben können. Denn was Menschen generell berichten, die in den Hoya-Batschu gehen, die mal eine Nacht auf dieser Lichtung zum Beispiel schlafen, oder die jedes Nächten mal in den Wald hineingehen mit Nachtsichtgeräten und anderen Dingen, ist, dass sie so ein generelles Unwohlsein bis hin zu einer Übelkeit, Atemnot, andere Phänomene bekommen. Und der Chemiker seinerzeit hatte die Idee, dass es hier irgendwas mit Magnetfeldern zu tun hat, die im Hoya-Batschu ungewöhnlich sind zumindest. Genau. Es gibt zusätzlich noch ein paar, wir haben ja diese Lichtung schon angesprochen, auf der nichts wachsen kann, ein paar Phänomene, die die Natur betreffen, die so ganz merkwürdig sind, weil allein schon die Bäume im Hoya-Batschu eine sehr, sehr merkwürdige Form haben. Also sie sollen deformiert sein, sie sollen so verdreht wachsen und auch eher so in Bodennähe wachsen und nicht wie normale Bäume aussehen. Und allein das trägt natürlich schon zu einer merkwürdigen Atmosphäre bei in diesem Wald. Alexander hatte ja auch schon ein paar Phänomene genannt, die Besucher dieses Waldes betreffen. Was noch dazu kommt, was man auch in manchen Berichten findet, sind so merkwürdige Kratzspuren und Bissspuren, die manche Menschen, wenn sie dann aus diesem Wald wieder herauskommen, zeigen. Aber sie können sich gar nicht erinnern, wie die entstanden sein können. Also es ist nicht so, dass da jemand hineingeht und merkt, so jetzt habe ich mich aber gekratzt oder jetzt hat mich irgendetwas gekratzt oder gebissen. Sondern diese Spuren entstehen einfach so und sind dann erst erkennbar, wenn das ganze Abenteuer sozusagen schon wieder vorbei ist. Ich kann noch den Namen des Chemikers, Professor für Chemie übrigens, noch nachreichen. Auch wenn ich wahrscheinlich jetzt den rumänischen Namen nicht 100 Prozent vernünftig aussprechen werde. Werde aber gerne natürlich verlinken auf eine Quelle, wo man das dann nachlesen kann. Das war nämlich Adrian Patou, wenn ich den Namen hoffentlich richtig ausspreche. Und das war eben derjenige, der mit diesen Energiefeldern zum Teil argumentiert hat. Bis heute gibt es Ghost Hunter, paranormale Forscher, die sich auf den Weg machen. Und wer Spaß daran hat, bei YouTube nach dem Hoia Baccio zu suchen, wird also eine ganze Reihe von Videos, Reiseberichten, selbst angefertigten Dokumentationen vorfinden, weil sich die Menschen aufmachen. Und wir haben noch gar nicht erwähnt, das kann man vielleicht auch nochmal sagen, dass, und vielleicht hat das eine Bedeutung, der Hoia Baccio in dem Bereich von Rumänien liegt, den wir als Transsilvanien kennen. Ja, genau. Die historische Region von Siebenbürgen und Transsilvanien, natürlich bekannt aus Dracula von Bram Stoker. Und allein das ist schon etwas, mit dem auch viele, ja sagen wir mal so, touristisch orientierte Menschen der Gegend fast wuchern können. Denn indem man diesen Hoia Baccio in so eine Attraktion verwandelt und natürlich auch darauf hinweist, was man da so alles finden kann und was alles merkwürdig ist und was sich lohnt mal zu besuchen und sich selber anzuschauen, das macht natürlich ja die Gegend für Touristen attraktiv. Und insofern schadet es ja auch der Gegend nicht. Es ist da auf jeden Fall einiges los rund um den Hoia Baccio und man tut auch gut daran, da nicht auf eigene Faust hinzufahren, sondern sich womöglich jemanden zu schnappen, der einen da durchführt durch diesen Wald und dann auch ein bisschen was erklären kann. So jetzt haben wir ganz viel erzählt und wenn wir bisher unsere Arbeit gut gemacht haben, werden jetzt die Huxilla-Hörerinnen und Hörer natürlich schon nebenbei mehrfach aufgezeigt haben und gesagt haben, aber und ist der nicht und kann man nicht. Und natürlich habt ihr völlig recht, also all das, was wir so erzählt haben, so wie es jetzt ist, kann man in Blogartikeln finden, kann man in YouTube-Videos sehen, es gibt Podcasts zu dem Thema. Aber das Problem dabei ist, all das wird im Grunde genommen genauso aufbereitet, wie wir es aufbereitet haben. Und der nächste Schritt, den wir immer wieder anpreisen, ist dann mal zu schauen, wie ist denn die Quellenlage zu diesem Thema. Und wenn wir damit anfangen, dann wird es doch relativ schnell klar, dass es ja diese ganzen Geschichten um das Bermuda-Dreieck Europas gibt, den Hoia Baccio in Rumänien. Aber wenn man dann wieder anfängt über die Quellenbetrachtung, die Zwiebelschalen so ein bisschen abzupellen, dann bleibt am Ende nicht ganz so viel über von diesem Bermuda-Dreieck. Also was man tatsächlich feststellen kann, ist, dass dieses UFO-Motiv sich schon bis in die 60er Jahre zurückverfolgen lässt. Und das ist auch insofern interessant, weil wir ja in den 60er Jahren und spätestens so ab den 70er Jahren sowieso ein vermehrtes Interesse am UFO-Phänomen haben, auch international. Und diese ganzen Dinge, die, auch wenn wir uns Roswell angucken oder Area 51, die so ein bisschen in der Zwischenzeit in Vergessenheit geraten waren, dann auf einmal wieder aufplöppen und für die Leute total spannend werden. Und hier haben wir eben auch in Rumänien eine Stelle, mit der eben dieses UFO-Phänomen, dieses plötzliche Interesse wieder ganz eng verknüpft ist. Und ein bisschen knüpfen wir hier auch thematisch an unsere Wald-Folge, also an ganz vergangene Zeiten wieder an. Und könnten uns jetzt angucken, warum ausgerechnet der Wald als Projektionsfläche für all diese Geschichten sich eignet. Wer da ein gesteigertes Interesse daran hat, der kann vielleicht in diese Wald-Folge, also Mythos Wald, nochmal reinhören. Interessant. Oder aber auch in die Folge rund um den Film Blavage Project. Auch da greifen ja viele dieser Thematiken nochmal auf. Genau, und es ist interessant hier in diesem Zusammenhang, dass wir weniger das Motiv Wehrwolf haben, das Motiv Hexen und auch nicht mal das Vampirmotiv, was man ja auch in Transsilvanien sehr stark vermuten würde, sondern wir haben UFOs, wir haben Dimensionsportale, Zeitportale, merkwürdige Energien, die sich auf den Wuchs der Bäume auswirken und Spukphänomene, merkwürdige Lichter. Und das ist also ein bisschen ein anderer Zusammenhang, als wir es sonst eben von diesen Waldgeschichten her kennen und geht eher eigentlich in Richtung dessen, was wir auch beim Brise-Langer-Forst vorfinden. Aber wenn wir nochmal ein bisschen weiter zurückspulen, können wir zunächst mal natürlich uns nochmal anschauen, Transsilvanien ist halt ja schon fast sowas wie ein Marketing-Token, den man benutzen kann, um eine Geschichte gruselig zu verkaufen. Wenn man sich mal anschaut, wie groß das Gebiet ist, was wir so Transsilvanien nennen, dann ist es quasi fast die gesamte Mitte Rumäniens und wir haben natürlich bei Transsilvanien immer so die Region rund um das Schloss von Vlattepec vor Augen. Das ist das, wo es dann besonders schlimm und gruselig ist. Aber Transsilvanien ist eine Riesenregion und es ist halt nichts Besonderes, weil so quasi die ganze Mitte von Rumänien Transsilvanien ist. Also natürlich ist ganz viel, was in Rumänien ist, in Transsilvanien, weil die Region einfach so heißt. Also da der erste Punkt, über den wir natürlich dann korrigieren müssen oder das einordnen müssen. Das nächste ist die Frage, wenn man so Geschichten von Wald und Menschen, die im Wald verschwinden hört, so geht es mir zumindest, habe ich implizit ein riesiges Waldgebiet, komplett unüberschaubar vor Augen. und wer da reingeht, kommt nie wieder raus und wenn man erst mal drin ist und sich verlaufen hat, dann gibt es keinen zurück. Der Witz ist, dass der Huayabacho ungefähr drei Quadratkilometer groß ist. Der ist so ein bisschen längs, also das heißt, er ist so in der West-Ost-Ausdehnung länger als in der Nord-Süd-Ausdehnung, aber er ist halt einfach nicht riesengroß, dieser Wald. Das heißt, selbst wenn ich mich verlaufen würde, müsste ich einfach nur in einer Richtung immer weitergehen und komme zwangsläufig irgendwann dann wieder raus aus dem Wald. Und das ist auch so ein Punkt, wenn wir uns diese Geschichte des Schäfers, für die es übrigens keine Quelle gibt. Also es ist eine Sage, die weitererzählt wird, eine urbane Legende, eine Wandersage im Grunde genommen. Denn der Wald ist einfach nicht groß genug, als dass ein Schäfer eine ganze Härte durch einen Wald treiben müsste. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er könnte viel besser über die Wiesenflächen, die um den Wald herum sind, Das wäre sogar, also nicht unbedingt ein Umweg, das wäre sogar unter Umständen ziemlich kurz. Du kannst nämlich diesen ganzen Wald innerhalb einiger Stunden, also locker an einem Tag umwandern, ohne irgendwie ein Problem zu haben oder da irgendwo übernachten zu müssen. Also das ist alles sehr, sehr übersichtlich. Und dann kommen wir zugleich wieder zu der nächsten Geschichte, nämlich die des verschwundenen fünfjährigen Mädchens. Für das man übrigens im Grunde genommen nirgendwo jemals einen Namen findet. Also das finde ich ganz bezeichnet. Das Alter steht immer fest und es ist verschwunden. Es wird mit der Jahreszahl schon schwierig, wann es verschwunden sein soll. Also da legt sich kaum schon jemand fest und dann gibt es auch keinen Namen. Das heißt, eine Recherche, ob dieses Mädchen überhaupt jemals verschwunden ist, fällt extrem schwer. Und wenn man jetzt wieder vom Auge hat, das, was wir gerade über die Größe dieses Waldes beschreiben, wenn da wirklich ein Kind verschwindet, man hat die Vermutung, es ist im Wald, dann kannst du mit einer relativ überschaubaren Suchmannschaft den gesamten Wald durchsuchen. Der ist einfach nicht so groß. Und wir stellen dann eben fest, dass die Geschichte so nicht nachzuvollziehen ist, weil wir keinen Namen haben und dass sie halt auch im Grunde genommen gar nicht so glaubwürdig wirkt, gar nicht mal von dem Umstand abgesehen, dass das Kind nach fünf Jahren wieder mit den gleichen Klamotten auftaucht. Da kann man sich auch darüber Gedanken machen, wie ein Kind wächst, wie das denn überhaupt aussehen würde mit den Sachen, wenn sie so ein Kleidchen anhätte. Naja, das wäre auf jeden Fall kürzer. Das wäre viel kürzer, natürlich. Sondern einfach auch der Umstand, dass es fast gar nicht glaubwürdig ist, das Kind nicht zu finden. Aber da haben wir genau wieder den Reiz einer guten Gruselgeschichte. Also ich finde, noch mehr als der Schäfer ist dieses verschwundene kleine Mädchen in der Lage, uns irgendwie emotional zu packen. Also ein verschwundenes Kind spricht uns sowieso schon mal an. Und wenn dieses Kind dann ohne Gedächtnis im gleichen, oder in demselben Kleid, in dem es verschwunden ist, Jahre später wieder auftaucht, dann ist das natürlich so ein ... Also da haben wir ja sofort Bilder im Kopf, die verstörend wirken. Und jeder Horrorfilm, den wir irgendwann mal gesehen haben, spielt dann natürlich auch eine Rolle. Und macht dann das Ganze zu einem guten Kopfkino. Und insofern ist diese Geschichte natürlich es wert, weitererzählt zu werden. Und da sind wir wieder auch bei den Dingen. Kopfkino ist ein gutes Stichwort. Bei mir hat das Mädchen sofort ein helles Kleidchen an, wenn es in diesen Wald hineingeht. Ich habe so fast so barfuß vor Augen. Also das sind so automatische Filme, die abspielen. Und wie gesagt, wenn man gar nicht weiß, wie groß dieser Wald ist, dann wirkt dieser Wald auch natürlich viel, viel größer. Und wenn man aber diese ganzen Fakten drumherum dann irgendwann weiß, dann fängt man eben an, die Geschichte anders einzuordnen. Natürlich. Ja, kommen wir vielleicht zu der Lichtung, zu der kreisrunden Lichtung, auf der kein Leben existieren kann. Wobei das sind ganz kurz noch die anderen verschwundenen Menschen, weil man findet auch immer wieder Geschichten von Menschen, die verschwunden sein sollen, die man dann findet im Wald, die dann tot sind. Und dann gibt es manchmal noch die Version, dass sie Selbstmord begangen haben. Und das ist eine Geschichte, die tragischerweise noch nicht mal ungewöhnlich sein muss. Wir wissen, dass Menschen in den Freitod gehen, bedauerlicherweise. Und wenn ein Waldgebiet in der Nähe einer Stadt ist, kann auch das ein Ort sein, den man sich sucht, um zu gehen. Insofern, diese Geschichten, würde ich sagen, sind noch nicht mehr erfunden. Aber sie haben natürlich überhaupt keine übernatürliche Bedeutung, sondern sind eher ein Beleg dafür, dass Menschen so großes persönliches Leid erfahren, dass sie dann entscheiden, im Leben ein Ende zu setzen. Und auf tragische Art und Weise gibt es hier Berührungspunkt zu einem anderen Wald, der einen sehr düsteren Ruf besitzt, nämlich der Aoki Gohara, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben und in dem es wirklich vermehrt zu Fällen von Selbstmord kommt. Genau. Also wenn man dann auch wieder hier diesen Zusammenhang herstellt, überrascht einen das nicht. Das nimmt einen emotional mit. Aber es ist eine sehr plausible Geschichte, die da erzählt wird. Und das wollte ich vielleicht noch grad, weil diese Variante von verschwundenen Menschen im Hoia Baccio gibt es auch. Genau. Aber was hat es jetzt mit dieser Lichtung ohne Leben auf sich? Und das ist eigentlich eine Geschichte, da müssen wir jetzt ein bisschen Spielverderber sein, weil die wirklich recht gewöhnlich ist, wenn man sie dann mal näher anschaut. Also es geht schon damit los, dass die kreisrunde Lichtung nicht kreisrund ist. Das kann man sich wunderbar auf verschiedenen Bildern angucken. Es gibt bei YouTube einen Drohnenüberflug. Genau. Also wir haben uns auch Sachen angeschaut, wo jemand dann sagt, ja auf Google Maps sieht man das gar nicht. Aber wer weiß denn, wie die Daten von Google Maps sind, wer da vielleicht was dann manipuliert. Und dann kursiert auch immer ein Foto, wo wirklich eine ganz kreisrunde Lichtung ist. Aber man sieht relativ schnell, der Wald ist ein komplett anderer, als es der Hoia Baccio ist. Also das hat fototechnisch überhaupt nichts miteinander zu tun. Und dieses falsch attribuierte Foto, das ist leider sehr, sehr verbreitet in dem Zusammenhang. Genau. Und dann, wie du schon sagst, gibt es halt dann andere YouTube-Videos. Also der Drohnenflug, den du gerade angesprochen hast, der ist 2019 hochgeladen worden. Da ist so die Frage, ob das auch im Jahr 2019 aufgenommen worden ist. Aber es ist ein relativ modernes Video. Sieht man an der Kleidung der Menschen und auch an der Tatsache, dass sie diese Drohne benutzen. Und da sieht man ganz klar, dass diese Lichtung nicht im Kreis rund ist. Und auch gar nicht geheimnisvoll ist oder tief im Wald verborgen. Kann sie auch gar nicht, weil der Wald ja gar nicht so groß ist. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Feuerstellen. Also da gibt es durchaus eine ganze Reihe von Menschen, die auch dann auf dieser Lichtung zelten. Aber es ist interessant, weil Lichtungen ja schon irgendwie uns auch als Motiv ansprechen. Die kommen mitunter häufig vor in Wäldern, entweder auf natürliche Art und Weise oder Menschen gemacht. Also der Wald würde sich natürlich eine Lichtung schon wieder erobern, wenn nicht gewisse Dinge stattfinden. Also einmal der Boden so beschaffen ist, dass da große Bäume nicht so gut Fuß fassen. Oder wenn Setzlinge von Tieren dann wieder abgenagt werden oder da viel Menschen rumlaufen oder Forstwirtschaft stattfindet. Genau, also was immer gesagt wird, ist, es kann keine Lichtung geben, die natürlicherweise Bestand hat. Weil die Natur würde sich eine Lichtung immer wieder zurückerobern. Und das ist im Grunde genommen richtig, aber auch wieder nicht. Es gibt bestimmte geologische oder auch bodentechnische Gründe, bei denen das nicht der Fall ist. Ein klassisches Beispiel könnte sein, dass Gestein hier, das ist so eine Art Berg unter der Erde, vielleicht beschreibe ich das jetzt ein bisschen bescheuert, aber vielleicht macht was in eurem Kopf. Das heißt, dass es hier so eine Art Felsenspitze gibt und dann können große Bäume dort keine Wurzeln schlagen. Das ist zum Beispiel der Grund, warum es mitunter natürliche Lichtungen gibt. Ein anderer Grund ist, du hast gerade schon gesagt, dass der Unterboden, wenn er eher sehr feucht ist, wenn wir da Wassereinschlüsse haben oder in dem Bereich eher sowas Morastiges ist, dann können die sich da auch nicht halten, die Bäume. Also es ist durchaus denkbar, dass es Situationen gibt, in denen eine Lichtung natürlicherweise auch Bestand hat. Das heißt, da müsste man tatsächlich mal mit jemandem der Ahnung von Geologie und vielleicht sogar Biologie hat, sich diese Lichtung anschauen. Wenn man sich das anschaut, würde man mit Sicherheit da eine sinnvolle Antwort finden für diese Lichtung. Das hat man natürlich aber nicht, wenn man als Laie, sage ich mal, in den Wald hineingeht und wir hier als Städter haben wir sowieso zunehmend weniger Bezug zum Wald. Das macht es natürlich dann nochmal besser, uns was vorzumachen. Aber auch das zeigt wieder, warum solche Motive dann verfangen können bei uns, die wir es gar nicht mehr gewohnt sind, so dicht an oder gar in einem Wald zu leben. Dass uns manche Dinge, die anderen Menschen vielleicht total gewöhnlich vorkommen, auf einmal wieder ganz merkwürdig vorkommen und wir uns dann fragen, was kann der Grund sein und was spielt sich da ab? Fest steht auf jeden Fall, wir haben es schon angedeutet, dass der Hoya Batschu auch wirklich holzwirtschaftlich genutzt wird und zwar nicht nur legal, sondern leider auch illegal. Also dass da viel Kahlschlag auch stattfindet und wahrscheinlich die größere Gefahr ist, auf die man da treffen kann, illegale, ja sagen wir mal so Holzwilderer. Und das ist dann natürlich nicht so schön, wenn man da irgendwelche Begegnungen hat, die dann unangenehm ablaufen können. Aber diese Lichtung ist sicherlich kein UFO-Platz. Es ist auch, das stellt, das werden wir auch verlinken, Brian Dunning im Skeptoid irgendwie ganz schön da, aber es gibt ja auch gar keinen Beleg dafür, dass UFO-Phänomene im Zusammenhang mit Waldlichtungen auftreten. Das geht dann als Motiv schon wieder so in Richtung Kornkreise. Also wir verbinden das im Kopf mit Kornkreisen. Aber auch das wissen wir inzwischen, dass das keinerlei Bezug hat zu irgendwelchen Aliens, die hier auf der Erde landen oder irgendwelchen UFO-Phänomenen. Und was wir hier natürlich auch noch erwähnen können, also man findet immer wieder, dass dort gar keine Vegetation wächst. Also nicht nur, dass da keine Bäume sind, sondern brach liegende Erde, die untersucht worden ist. Tote Erde. Und das stimmt halt auch überhaupt gar nicht, sondern da gibt es also zahllose Videos, die man sich anschauen kann, auch von Leuten, die auf paranormale Untersuchungen gehen, die diese Lichtung zeigen. Und da wächst ganz normal dickes Gras. Da sind Blumen im Sommer zu sehen. Und auf dem Drohnenvideo, das wir euch mal verlinken werden, seht ihr auch, dass da so ein Setzling auch so nach vorne schon wieder gekommen ist. Also das heißt, da könnte in 20 Jahren die Lichtung unter Umständen wieder ein kleines bisschen kleiner werden. Wenn es denn nicht, und das wird ja auch immer wieder berichtet, eben Wildfraß, du hast es schon einmal angedeutet, Alexa, also es gibt Wild in dem Wald. Und so eine Lichtung, kleine Bäume werden auch sehr, 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 sehr gerne von Wild gefressen, weil die Triebe von jungen Bäumen so eine Art Delikatesse sind für Wild. Das macht es dann auch nochmal schwieriger. Das heißt, also nicht nur haben wir keinen Beweis dafür, dass es ein Alien-Landeplatz ist, noch dass die Erde tot ist und sie ist auch nicht kreisrund, sondern es ist halt eine Lichtung im Wald. Genau. Aber man sieht auf diesem Drohnenüberflug auch sehr schön eben, Alexander hat das erwähnt, die Feuerstellen, also den Beleg dafür, dass da ganz oft Leute kampieren auf dieser Lichtung. Klar, die ist ja auch ein Anziehungspunkt und alle Leute wollen wissen, was da los ist. Und es ist natürlich auch ganz praktisch, genau da zu übernachten. Also wenn man irgendwo sein Zelt aufschlagen will, dann passt diese Lichtung natürlich irgendwie ziemlich gut. Und jetzt heult man, ich weiß nicht, ob man es hört, gerade die Katze passenderweise. Die Redaktionskatze will noch den Hinweis darauf geben, dass unter dem Video von diesem Drohnenflug, kann man auch nochmal gucken, da gibt es dann tatsächlich jemanden, der schreibt, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass die Feuerstellen die Sterne im Gürtel des Orion abbilden und die Lichtung selber den Orion-Nebel darstellt. Und dann schreibt da nicht jemand drunter, hä? Sondern da schreibt jemand drunter, oh, das ist ja spannend, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Mustererkennung. Ja, genau. Exakt, was wir hier auch wieder erleben, ist natürlich das Phänomen der Mustererkennung. Das heißt, da wird jetzt sofort wahrscheinlich das Material so lange sich angeschaut und so lange um so viel Grad winkelig verzogen, dass das stimmt und dass also irgendwelche wild kämpenden Menschen auf dieser kleinen Lichtung im Grunde genommen sagen, und jetzt bauen wir mal den Gürtel des Orion nach. Das steht auch inhaltlich in überhaupt gar keinem Zusammenhang mit irgendwas. Nein, doch, vielleicht kommen ja da die Aliens her. Vom Orion. Aber was man tatsächlich erkennen kann bei diesem Drohnenvideo, ist, dass auf der Lichtung an einer Stelle so eine Art Spirale am Boden ist. Ja. Und das finde ich natürlich schön, weil da irgendwer sich gesagt hat, jetzt machen wir mal so ein, ich glaube, man nennt sich Geoglyphen oder so, also halt so ein Bild auf dem Boden, keine Ahnung, ob das irgendwie mit einem Stock gezogen wurde oder getrampelt wurde. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Also ihr merkt schon, je länger wir über diesen Nohoyabacho reden, desto weniger bleibt von diesen Geschichten über, was daran liegt, dass zum einen Geschichten sich super gut tradieren, das haben wir ja in 263 Folgen auch, ich glaube ich, auch immer wieder vermittelt. Zeitgleich aber man natürlich auch den Wahrheitsgehalt dieser Geschichten sich anschauen muss und manchmal einfach schauen muss, ist eine Lichtung kreisrund oder nicht und in dem Moment, wo sie dann nicht kreisrund ist, fängt so dieses Gebilde oder Gefüge der Geschichte an zu bröckeln und das Gleiche passiert hier und so ähnlich wie beim Bermuda-Dreieck am Ende von dem, was ja diesem Areal im Ozean zugeschrieben wird, überbleibt, nämlich so gut wie gar nichts am Ende, ist es natürlich beim Nohoyabacho genauso und es nützt ja nichts, wenn Menschen, die jetzt in den Wald fahren, dort Dinge sehen, die sie sich nicht erklären können. Auch das haben wir ja oft genug hier schon im Podcast gesagt, dass natürlich man nachts im Wald unter Umständen merkwürdige Dinge erleben kann, die man sich nicht erklären kann. Das heißt aber eben nicht, dass man etwas Paranormales erlebt hat, sondern man hat etwas vollkommen Natürliches erlebt, was man sich aber eben nicht erklären kann. Vor allen Dingen ist es so und ich will jetzt nicht schwurbeln, auch wenn es vielleicht so klingt, aber man findet in dem Wald wie auch in allen Wäldern oder an allen Orten, in die man sich begibt, um irgendwas zu erleben, genau das wieder, was man mit hinein nimmt. Das heißt also, wenn meine eigene Erwartungshaltung ist, da ist ein Mädchen verschwunden, fünf Jahre später in denselben Klamotten wieder aufgetaucht oder Schäfer verschwunden oder UFOs gelandet, wenn ich diese ganzen Geschichten glaube und mit hineinnehme, dann habe ich natürlich schon die Folie, auf der da die Filme nachts dann von meinem Auge ablaufen, schon vorgefertigt und insofern ist es dann auch nicht ungewöhnlich, wenn ich ähnliche Dinge glaube, zu erleben. Die Angst, die man dabei empfindet unter Umständen, ist natürlich ganz real und insofern ist das Ganze auch vielleicht, also sagen wir mal so, wer zart beseitet ist und da irgendwie empfänglich ist für so etwas und dann auch dafür Angst zu bekommen, der sollte vielleicht auch die Finger davon lassen oder zumindest nicht alleine versuchen, da zu übernachten. Also ich bin, ich sage immer von mir, ich bin relativ kritisch und in der Lage, das irgendwie verstandesmäßig schon einzuordnen und ich würde trotzdem nicht in diesem Wald übernachten wollen. Ich würde überhaupt in gar keinem Wald schon gar nicht alleine übernachten wollen, weil ich einfach genau weiß, dass dann meine Fantasie mit mir durchgehen würde und das tut halt einfach nicht gut. Man muss ja nicht unbedingt über seine eigenen Grenzen gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind es gar nicht mehr gewöhnt, wie es ist, nachts alleine im Wald zu sein. Das heißt, da entstehen Geräusche, da entstehen Phänomene, die wir gar nicht mehr einordnen können. Ich schließe mich da ein. Ich habe, glaube ich, einmal an einem Waldgebiet hinter einem Haus bei der Großmutter eines sehr guten Freundes gezeltet als Jugendlicher und das fand ich auch schon alles sehr, sehr merkwürdig, weil ich da ganz viele Dinge wahrgenommen habe, die ich vorher in meinem Leben nie wahrgenommen habe. Und jetzt stellen wir uns noch mal vor, der Wald ist weit genug weg von Cluj, als dass man sozusagen den Stadtlärm nicht hört. Aber auch das müssen wir wieder erwähnen. Auch rote Lichter, die man mitunter sehen kann, sind natürlich unter Umständen durch Zivilisation zu erklären. Das ist zum Beispiel ein Flughafen nur 10 Kilometer entfernt. Genau. Und es gibt Funktürme, die dort aufgestellt sind in einem Gebiet. Und wer das weiß und sich damit mal beschäftigt hat, der weiß ja, dass da auch so Lampen an solchen hohen Türmen sind, gerade auch in der Einflugschneise von einem Flughafen, weil man natürlich sicherstellen will, dass die Flugzeuge sehen, oh guck mal, hier steht ein Sendemast oder ein Funkturm. Da fliegen wir mal besser nicht gegen, also sind da rote Lampen dran. Und das dann aus der Distanz, vielleicht noch sogar durch Bäume hinweg, in einer hügeligen Landschaft, im Dunkeln, wo man sonst keine Bezugspunkte hat. Da sind wir ja nicht so sonderlich gut drin, Entfernungen und Größen vernünftig einzuschätzen. Das kennt jeder, der sich mal mit dieser Mondillusion beschäftigt hat. Oder wir haben es immer, wenn wir mal auf den Nordseeinseln sind und man sieht so die Nachbarinsel und denkt, das ist doch nur einen Katzensprung entfernt und dann das Handy rausnimmt und sagt, das fotografiere ich jetzt mal, das Handy macht halt den Effekt, den unser Gehirn macht, weg. Oder wir einen Leuchtturm fotografieren möchten und sagen, boah, ist der schön groß und dann nimmt man das Handy raus und die Fotokamera anstellt, der ist so klein. Das sind alles Dinge, wo wir als Menschen einfach nicht gut sind. Das ist ja nicht schlimm, dass wir das nicht sind. Das geht uns ja auch allen so, so sind wir angelegt. Aber das sind natürlich alles Aspekte, hier so ein bisschen aus der Wahrnehmungspsychologie genommen, die wir berücksichtigen müssen, wenn wir solche Geschichten erzählen oder wenn wir solche Geschichten hören. Und nochmal, es heißt ja nicht, dass die Person, die einem diese Geschichte erzählt, sich das komplett frei ausgedacht hat. Das gibt es auch. Aber die Wahrnehmung lässt sich halt auch täuschen. Und hier haben wir verbunden mit dem vermeintlich gruseligen Ort Transsilvanien, einem Waldgebiet und zwei, drei Vorspanngeschichten, für die es aber keine Belege gibt, nämlich dem Schäfer und das kleine Mädchen, hier einen Ort geschaffen, an dem alles ganz, ganz ungewöhnlich ist, an dem die Naturgesetze keine Gültigkeit mehr haben. Und dann irgendwann in den 60er, 70er Jahren, als das mode technisch plötzlich en vogue war, kamen dann die Wufus und die Aliens dazu. Im Grunde genommen aber bleibt am Ende ganz, ganz wenig davon über. Er sieht aber sehr schön aus. Er sieht sehr schön aus. Wir haben jetzt nicht viel zu den Bäumen gesagt. Es gibt tatsächlich einige Bäume, die da so ein bisschen korkenzieherartig wachsen. Es kursieren aber auch in dem Zusammenhang wahnsinnig viele Fotos, die nichts mit dem Huia Baccio zu tun haben, wo also die Bäume in einer ganz merkwürdigen, gebogenen Form erst zum Boden hin und dann wieder hochwachsen. Und das sind dann auch ganz oft Fotos, die eben nicht dort aufgenommen wurden. Also da ein bisschen Obacht. Wer da mal andere Bilder sehen möchte, kann sich den YouTube-Channel der Ghost Hunter NRWub anschauen. Die waren nämlich auch mal dort unterwegs und da sieht man dann tatsächliche Bilder aus dem Huia Baccio und ein paar Informationen dazu. Also das kann man sich dann eher anschauen. Und im Ganzen haben wir halt hier sehr, sehr motivisch interessante Geschichten von verschwundenen Personen. Geschichten, wie wir sie motivisch auch bei anderen Orten finden, also im Prise-Langer Forst, am Untersberg, wo auch Personen verschwunden sein sollen. Ja, sehr Entrückungsgeschichten. Genau, Entrückungsgeschichten, wo auch noch so ein bisschen so Überbleibsel von Geschichten über das Feenreich mitschwingen. Und da sieht man dann halt auch wunderbar, dass diese Geschichten dann unter Umständen ein moderneres Gewand bekommen und sich trotzdem weitererzählen. Und ich muss sagen, ich weiß das jetzt alles, weiß, dass der Wald zwar schön ist, aber nicht weiter ungewöhnlich. Und ich finde diese Geschichten trotzdem faszinierend. Also wer Freude daran hat, sich an sowas zu gruseln und sowas zu lesen, der soll das gerne tun, auch wenn vielleicht in der Realität diese Geschichten eben so nicht stattgefunden haben und sich nicht belegen lassen. Man kann sie ja trotzdem genießen und den angenehmen Schauer, den sie einem über den Rücken jagen, auch an Halloween. Genau. Und wer jetzt sagt, das ist alles ganz spannend, einfach mal Huia Baccio in YouTube eingeben, kann sich heute Abend stundenlang irgendwelche YouTube-Vis zu diesem Thema anschauen. Von unterschiedlicher Qualität, sage ich mal, aber man kann sich dann ja auch mal den Spaß machen, wie viele neue Geschichten da erzählt werden. Und wenn man das dann mit so einem analytischen Mindset sich anschaut, den wir versucht haben, euch jetzt hier so wieder ein wenig auf den Weg mitzugeben, dann macht das sehr, sehr viel Spaß. sich diese Geschichten anzuhören. Und was ja in all diesen YouTube-Videos auch durchkommt, ist die Faszination der Menschen für diese Art der Geschichten. Und die haben Alexa und ich natürlich auch. Die werden wir auch, glaube ich, nicht verlieren. Die verlieren wir nicht, aber ein bisschen nüchterner betrachtet macht es halt dann noch viel mehr Spaß, weil man dann keine Angst vor komischen Dingen haben muss, die gar nicht real sind. Und jetzt kommen wir zu einer Geschichte, die mir persönlich sehr viel Angst machen würde, nämlich der Spinne im Ohr. Da möchte ich jetzt gerne mal wissen, ob es stimmt, Alexa. Die Auflösung Ich mache es ganz kurz und eigentlich auch schmerzlos, die Geschichte von Katie Merlour und der Spinne im Ohr ist wahr. Unfassbar. Ja, und das gruselt mich jetzt schon beim Erzählen. Also sie erzählte das so und sie hat auch entsprechende Fotos auf ihrem Instagram-Account. 2014 war das gepostet, dass sie auf einem Flug, als sie mal den Lärm ausblenden wollte, ihre alten In-Ears benutzt hat. Und da muss wohl irgendwie eine kleine, man hört schon an In-Ear, wie klein die Spinne gewesen sein muss, muss die halt drin gesessen haben und dann ist sie halt ins Ohr gekrabbelt und es kam zu diesen komischen, raschelnden Geräuschen. Abgesehen davon hatte sie aber keine Symptome, also abgesehen vom Rascheln hat die Spinne nicht weiter gestört. Aber Katie Merlour ist dann eben wirklich zum Arzt gegangen und er hat das Ding halt mit so einem kleinen Sauger irgendwie rausbefördert in ein Röhrchen und die Spinne hat überlebt und ist im Garten ausgesetzt worden. Und Katie Merlour hat selber, sagt von sich, sie hätte keine Angst vor Spinnen und sie war sogar heilfroh, dass diese kleine Spinne, die sie so leicht entfernen ließ, der Grund für die merkwürdigen Geräusche gewesen ist, weil es hätte ja auch sein können, dass sie irgendwas an ihrem Gehör hat, also dass sie vielleicht ihr Gehör verliert und das ist als Musikerin natürlich fatal und insofern hat sie diese Erklärung und dann auch die Therapie, die kurze, sehr, sehr erleichtert zurückgelassen und die Spinne hat überlebt und Katie Merlour war guter Dinge, nur dass das Ganze so einen Ansturm an Anfragen auch von den Medien ausgelöst hat, das war ihr dann irgendwann ein bisschen unangenehm, das ist ihr dann ein bisschen zu viel geworden, und damit hat sie glaube ich nicht gerechnet, aber die Spinne im Ohr, das klingt halt nicht nur wie die Spinne in der Jucca-Palme, das ist schon irgendwie eine wahrgewordene Urban Legend und leider in dem Fall eben auch wirklich genauso passiert, also wenn ich so eine winzige Spinne aus der Familie der Springspinnen übrigens im Ohr gehabt hätte für eine Woche, ich glaube mir wäre nachträglich noch ganz anders geworden, ich habe nämlich tatsächlich ein bisschen Angst vor Spinnen. Also aufmerksame Hörer werden ja wissen, dass ich tatsächlich eine ausgeprägte Arachnophobie habe, also das hätte mich tatsächlich ziemlich fertig gemacht, wenn mir das passiert wäre, umso spannender, dass die Geschichte tatsächlich stimmt. Ich gehe jetzt mal alle unsere In-Ears überprüfen, und ihr da draußen, ich habe es ganz am Anfang einmal kurz angekündigt, wir haben nochmal wieder was zu gewinnen, vielen Dank übrigens für die vielen, vielen, vielen Einsendungen zu dem Buch von Florian Aigner, dass, also wir losen dann ja entsprechend am Montag aus, noch könnt ihr ja mitmachen bei diesem Gewinnspiel und das ist sehr viel Resonanz und darüber freuen wir uns sehr und es tut dann immer ein bisschen weh, dass wir eben nur drei Bücher jetzt in dem Fall verlosen konnten von Florian, weil wir gönnen euch das allen, aber da müssen wir einfach ganz blind sein und einfach in den Lostopf greifen und dann die Gewinner ziehen, aber wir haben erneut ein Gewinnspiel heute in der Sendung und zwar wird sich der ein oder andere vielleicht an die Folge 252 noch erinnern, die den Titel getragen hat, Populismus leicht gemacht oder auch an die Folge 242 DJ Vue Flache Erde oder das Wild Mike Special 24, alle drei Folgen mit Ralf Grabuschnik zusammen mit dem Historiker, die haben wir gemacht und in Folge 252 hat Ralf dann ja über sein Buch gesprochen, Populismus leicht gemacht, was durch Crowdfunding finanziert wurde und Ralf hat jetzt nochmal zwei dieser Bücher, die ja im Grunde genommen eine Anleitung für zukünftige Autokraten sein sollen, vielmehr natürlich der Ärztehintergrund, Muster von Demagogen und Populismus deutlich zu machen, ein sehr, sehr gelungenes Buch und wir können zwei Exemplare für euch verlosen und um das Buch zu gewinnen, schickt ihr uns eine E-Mail mit dem Begriff Populismus und das könnt ihr machen bis zum 14. November 23.59 und unter allen Einsendungen losen wir dann die beiden glücklichen Gewinner aus und ich habe das in der Vergangenheit schon einmal angekündigt, ich mache es jetzt auch nochmal, das ist total schön, dass ihr uns ganz viel Text schreibt, wir gucken da auch immer drüber, ihr müsst uns gar nicht eure Anschrift schicken dabei, das könnt ihr machen, weil wir löschen natürlich dann die Gewinnspiel-Mails immer im Nachhinein, nachdem wir gelost haben, löschen wir alles, wir würden aber auch natürlich immer die Gewinner anschreiben, das heißt im Grunde genommen, wenn wir E-Mail-Adresse und den Betreff haben, reicht das erstmal aus, dann sammeln wir auch wenig Daten von euch und wenn ihr das aber mischen wollt mit Themenvorschlägen oder Lobpreisungen, dann freuen wir uns. Oder auch konstruktiver Kritik. Konstruktiver Kritik, wir heben das auch in der Regel meist auf sowas, das können wir aber nicht, wenn ihr uns das im Rahmen eines Gewinnspiels schickt, weil dann müssen wir es halt löschen oder wir löschen es, damit wir der Datenschutz-Grundverordnung hier Genüge leisten. Insofern, wenn ihr uns nochmal Feedback senden wollt oder andere Dinge senden wollt, dann einfach noch kurz eine zweite Mail hinterher schicken und es muss auch keiner ein schlechtes Gewissen haben und meinen, er muss noch irgendeinen tollen Text schreiben. Nein, wir verlosen. Es reicht im Grunde genommen eine leere E-Mail. Mit Betreff und lieben Grüßen. Genau, wie ihr das machen wollt. Dafür machen wir die Gewinnspiele, dass ihr auch ein bisschen was davon habt. Und wir können, wir gehen jetzt alle ja gemeinsam in die nächste harte Kontaktbeschränkung rein. Ich will mich da jetzt gar nicht über meine persönliche Meinung zu verschiedenen Maßnahmen äußern, aber das ist alles eine unangenehme Zeit. Ich will aber ganz kurz hier mal sagen, Ende Oktober, dass wir erstaunt und glücklich darüber sind, wie gut ihr uns tragt durch dieses Jahr, durch viel Feedback, auch die finanzielle Unterstützung für Huxilla. Das haben wir uns im März, April nicht träumen lassen. Da haben wir uns erneut große Sorgen gemacht, dass das ein schwieriges Jahr für uns wird, weil ja abzusehen war, dass es allen finanziell wahrscheinlich schwierig gehen wird. Und es hat, trotzdem finden sich immer mehr Menschen, die sagen, das ist mir ein Euro im Monat wert, euch zu unterstützen, also Huxilla zu unterstützen und auch immer mal wieder den einen oder anderen, der etwas tiefer in sein Sparschwein greift. Das freut uns sehr. Wir können gerade in Technik investieren, das haben wir schon gesagt, neue Headsets. Wir sind dabei, die gesamte Serverinfrastruktur, das ganze Backup von Huxilla zu modernisieren, noch weiter zukunftssicher zu machen. Und das ermöglicht ihr alles. Also tatsächlich muss man immer wieder sagen, dass wir hier beide... Ihr alle tragt das Projekt Huxilla. Genau. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und das in der Rückschau jetzt auf sieben Monate Pandemie, das ist wirklich sehr, sehr beachtlich und dafür möchten wir nochmal Danke sagen. Ja. So, und dann gibt es im November wieder zwei Folgen. Es gibt ganz viele Wild Mics, Talks, Specials, die wir machen. Es gibt ganz viele verrückte, crazy Ideenprojekte, die gerade in der Luft schweben, über die wir leider noch nicht reden können, wo wir aber hoffen, dass wir scheibchenweise demnächst wieder das ein oder andere euch mitteilen können. Das ist alles sehr, sehr verrückt. Das macht sehr, sehr viel Spaß nach wie vor. Und wir wünschen euch zunächst mal bis zur nächsten Folge alles Gute. Genau. Happy Halloween. Auch das. Und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxella-Podcast ist kostenfrei und wird das auch immer bleiben. Damit das gelingt, könnt ihr uns bei der Produktion unterstützen. So wird das schon viele, viele andere tun. Vielen Dank dafür. Das geht ganz einfach. Durch einen kleinen Dauerauftrag auf unser Geschäftskonto oder zum Beispiel über PayPal. Wie das genau funktioniert, findet ihr auf unserer Homepage unter dem Punkt Unterstützen. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info-at-oxella.de Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen.